Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Part von unserer Playstation Reihe zu Parasite Eve 2. Ja, wir sind ja letztens aufgehört im Tunnel, wo ich 10.000 Jahre gebraucht habe, um auf dieses blöde Brett zu nehmen. Sorry, ich war auch in dieser Session recht müde. Ich habe nach dieser Session kurz nochmal geschaut, was mich erwartet. Und uns erwartet jetzt gleich nicht nur ein Rätsel, sondern auch ein kleiner Bossfight. Das Problem ist, ich habe hier keine Box, oder? Ich habe nur das hier. Aber ich werde mein Equipment wechseln, denn verschieben... Oh, was ist denn jetzt los? Ah, Weihwasser... Weihwasser? Steckt man es in die Tasche? Ich weiß es nicht. Äh, GPS behalten wir. Und dafür stecken wir die Waffe weg. Austauschen für... Die Granatpistole. So, wir haben Medizin Level 3 und mir fehlt eigentlich noch... Weil das Weihwasser, das könnte ich jetzt nicht gebrauchen, aber MP-Wasser. Das Blöde ist... Also, ich könnte... Warte. Ich habe ja sonst nichts ins Auto gesteckt, ne? Und das ist jetzt nämlich mein Problem. Ich habe nichts in das Auto gesteckt. Und die haben mir jedes Mal gesagt, ja, pack alles ins Auto rein. Und ich habe nichts gemacht. Das ist natürlich wieder sehr schlau von mir gewesen. Aber woher willst du das wissen, wenn du da gerade wieder neu spielst? Ich habe P-Energy. Ganz schön viel, ja? Ich könnte... Saugt HP von Gegnern ab. Kontrolliert die Mithorhondin eines in der Nähe befindlichen Wesens und lässt sie Energie erzeugen, um sie für sich zu nutzen. Es ist jetzt so eine Sache, wo ich mir sage, hä? Wie viel kostet das? 200. Ich meinte, ich würde es mir gern kaufen. Aber ich würde es jetzt sagen... Äh... Das ist mir schon fast lieber. Okay, maximal. Freisetzen. Weil ich kick erstmal durch mehr EP... Äh... EP... Äh... Mana Points. Erzeugt einige Energieball und wehrt Gegner ab. Durch Mithorhondin erzeugt das Magnetfeld, das, äh... Um die Kern... ...Person rotiert. Gegner werden von einem Energieball abgewehrt. Und das ist schon heftig, aber... Antibody und Energy Shot, das ist schon... Äh... Wichtig. Wie viel verbrauchen die? 8 nur. Das nur 4. Das ist natürlich 30. Oh, bin ich blöd. Ich habe jetzt gerade meine Hauptwaffe nicht drin, ne? Und das werde ich jetzt erstmal auch benutzen. Ah, ich überlege gerade auch, ob ich... Nicht tatsächlich... Ne, ich benutze doch erstmal... Die, weil ich weiß... Ähm, weil ich... Weil ich weiß, dass da noch eine Phase kommen wird. Mit großer Munitionskammer. Wir testen das mal aus, weil der Triple Feuer... Ich... Ich begrüße ihn eigentlich sehr. Ach ne, nicht das. Das. Wir werden so gut wie überhaupt... Die... Dingens hier, die... Handfeuerwaffe fast nicht mehr benutzen, weil... Wie gesagt, der Schaden ist mir auch zu klein. Das gefällt mir schon eher. Und... Äh... Oh, warte, Moment. Wir müssen ja Türchen aufmachen. Management ist natürlich alles. So, erstmal... Untersuchen. Ein Stecker. Den nehmen wir. Alles klar. Verdums. Und stecken ihn hier rein. Damit wir zumindest in der ersten Tor... Äh... In der ersten Tür hier reinkommen, meine ich. Ein Jumper. Ein Jumper ist das. Ein Motorengeräusch. Das kam von draußen. Okay. Alles klar. Und diese Munitionskiste gibt mir nur... Ja, das gibt mir nur Schutzwaffen. Das wäre nicht schlecht, wenn es mir tatsächlich jetzt... die Munition gibt, die ich gerade ausgerüstet habe. Merrigan? Merrigan? Keine Antwort. Habe ich mich verirrt? Merrigan? Sind sie's? Merrigan? Und da ist natürlich... Äh... Das ganz große Vieh. Der Häuptling, den wir in der Sequenz gesehen haben. Wo wir ja... Zu dem Bunker gefahren sind. Also, das erste, was ich tue... Jetzt. Das war's. Der Häuptling, den wir in anderenboten. Der Häuptling? Der Häuptling, den wir in anderenücken. Wissen. Der Häuptling. Der Häuptling, die wir in anderenidences verbinden sind. Aber das ist nichtbundlich. Der Häuptling, das war's. Welten." Der Häuptling. Das macht mir ja kaum Schaden, der Scheiß. Der Scheiß. Ja, los, spring hier rein. Wo ist er? Oh, nee. Aber, äh, Antibody reagiert noch. Okay, das war nötig. Okay, dann kriege ich, äh, 10 MP zurück, das ist super. Das gehört Kyle. Die Pistole nehmen wir. Und den zweiten Jumper. Mmh. Mmh. Äh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das läuft bisher ziemlich gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Ding läuft so schnell. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ordentlich BP und Erfahrung erhalten. Das war's für heute. 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 Die machen... Das war's für heute. Das war's für heute. Und... Das war's für heute. 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 So. Und dann spielen wir weiter jetzt, wo ich nicht ganz weiß, was mich auf dich erwartet. Außer, dass ich weiß, job, ab zum Motorrad da hinten. Was ist das für ein Ort? Der Panel führt den Lift nach unten. Nach unten? Ja. Das ist nämlich ein mächtiger Gegner gewesen. Der hat mich nämlich K.O. gemacht. Also, ich kann ja nochmal nach oben. Wir können ja nochmal nach oben. Oder ich lad mal gleich nochmal. Ich würde es ja gerne versuchen, aber der hat mich platt gemacht. Weil ich habe mit normalen Sachen da ihn irgendwie nicht bekommen. Der verschwindet dann, ne? Der Encounter. Ja. Okay, Leute. Dann sind wir gleich da. Und dann versuchen wir doch nochmal den Encounter. Weil ich wollte mal gucken, ob das geht. Ob das man aus dem Kampf flüchten kann. Weil der ist schon ziemlich heavy. Und ich glaube, der spuckt ziemlich viel Experience Points und Bounty Points ab. Also, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir bei dem Kampf sind. Okay. Meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wollen wir mal schauen, wie wir uns gegen das Ding schlagen. Es wird schlauer, wenn ich mich ein bisschen bewege, oder? Alter, das Ding ist ja krass. Krass. Ah, ich habe einmal einen Crit bekommen. Ich glaube, ohne die zwei Dinger ist das kaum möglich. Eine Zusatztasche. Ich nehme alles. Äh, Jus. Sortieren. Neun Millimeter Spatenpatron. Zerstreuen zeitreiche Stahlkugeln. Okay. 20 Schaden. Kann man machen. Eine Zusatztasche für das Ding. Die Frage ist, brauche ich das? Wirklich? Behalten wir das erstmal. Wir haben ziemlich viel Zeug mit. 18 von 20. Ja, komm. Ja, das ist nämlich kein Level 2. Das ist Level 3. Und schon haben wir drei Plätze. Aber die können sie hier echt wegstecken. Ne? 10 Schaden. Es geht auf keine Kuhhaut. Hier, 20 Schaden. Moment. Okay, das ist schon mal sehr viel besser als das andere. Austauschen. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann die mir nachkaufen bald. Weil das... Das kannst du nicht ewig machen. Das kannst du nicht ewig machen. So, das ist das Erste, was ich mache. Heilung. Das Problem ist aber auch, die Westen, die haben aber auch nur bestimmt, ja, Nutzungen, ne? Oh, warte, kann man da was machen? Oder ist es nur... Ne. Das war nur ein Gang mit dem fetten Encounter. Der Panel führt den Lift nach unten. Ja, jetzt will ich gehen wir nach unten. Erst mal Karte gucken. Langer Gang. Gleich eine Tür. Noch eine Tür und noch eine Tür. Bestimmt können wir hier noch nicht rein. Abgesperrt. Okay. Ein Aufzug. Er geht nicht. Hm. Ein stinknormale Bank. Ein Aschenbecher für die Raucher. Die Raucherecke. Wie aufregend. Ich weiß eher, das ist nix für dich. Okay, hier konnten wir durch. Das ging ja. Alter, der Laser hat mir sogar geholfen. Das war gut. War nicht ziemlich gut. Nur, sie hat nicht nachgeladen. Aber wir machen jetzt schon 22 Schaden pro Schuss. Das ist schon an sich sehr recht wichtig. Okay, weiter können wir nicht. Lagerraum. Das ist schon ein Schaden pro Schaden pro Schaden. Was ist das? Was ist das? Sie fangen an zu verfahren Okay, nichts für mich Es ist ein Lagerraum, da können wir doch bestimmt was finden Bestimmt was, was uns weiterbringt Eine Weste wäre geil Medikamente Hier sind komische Präparaten, wahrscheinlich für Tests Ich benutze sie lieber nicht Hm, das hier kenne ich Ringerlösung Ich hatte eine Ringerlösung, aber Recovery Full Ja, ja Die Ringerlösung Medizinische Fachbücher Kleidung Eine Kiste mit Bekleidung Kleidungsstücke in allen Größen Allesamt in denselben Farben und Designs Sinnlos hier zu stöbern Ach, äh ja Du könntest doch mal vielleicht was Neues ans Wird auch sicherlich nützlich Nein, nicht Ein Kühlschrank Ohne Sturm Eine leere Schale Nichts von Interesse Oh, warte Moment Jede Menge Munition Es verkauft mir immer diese 10er Dinge Es wäre schön Es wäre schön, wenn sie mir echt tatsächlich mehr geben Aber das ist immer nur der Standard Ja, aber Leute, wie gesagt Einfach kein jeder Nichts von Interesse Nichts von Interesse Also Wir sind so ziemlich durch Alles klar Geht nicht auf Geht nicht Ah, das habe ich mir nicht angeguckt da hinten, oder? Ein Kühlschrank Ist verregelt Ah Wir haben die Türen noch nicht Die hier Ach, da ging es Einfach Freude Okay Ich glaube, ich weiß, dass die Oh Mann Ach, die haben mich jetzt stumm gemacht, ne? Dieser Penner Ach, das sind diese Bobbel wahrscheinlich Die man nur mit Magie Überwiegend bekämpfen kann Beziehungsweise physischen Schaden Aber anrichten kann Na, da muss ich mir als nächstes das Bayonet Echt Geben Die man nur mit Magie Ja, Magie. Also, äh, Parasitive Points. Äh, wählen. Du drückst die Nerven, dann hält halt Stummheit und so weiter auf. Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn wir das mitnehmen, weil wenn so eine Dinger hier sind, dann nehme ich, äh, am liebsten das hier, anstatt Beruhigungsmittel. Das, da, da, da will ich auch unbedingt keine, äh, Maler Points benutzen. Oh, und das ist einfach nur ein Gang mit der Counter, Kameras. Schlafsaal. Da könnte ein Telefon drin sein. Oh, Those, da, 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 ta, da, da. Oh, das ist einfach nur könnt. Bleib unten. Sehr schön. Okay. Jetzt habe ich erstmal die Ruhe zu gucken. Was ist das hier? Die Schre... Der Schrank hat keinen Griff. Ein robuster Schrank. Abgesperrt. Abgesperrter Schrank. Gut. Abgesperrter Schrank. Hmm. Ein robuster Schrank. Der Benutzer Bowman ist tot. Bevor er ging, sagte er... Adieu, Begierden, denn ich bin eine höhere Lebensform. Adieu alle, die sich nach Glück und Leere sehen. Adieu alle, die nach Wissen und Dummheit stehen. Adieu alle, die sich in Sicherheit und Chaos wiegen. Euer Leben wiegt nichts. Euer Tod sei unerheblich. Die innere Stimme hört ihr nicht. Verloren seid ihr. Ich hingegen werde eins mit meinem Inneren. Adieu, meine finstere Vergangenheit. Da sagt er. Ich versiege hiermit die Sache meines Freundes. Ohne Griffe kann Bowman den Schrank nicht mehr öffnen. Wie soll ein Toter diesen Schrank öffnen? Völlig sinnlos. Die Leute hier ticken nicht richtig. Was zum Teufel wird hier gespielt? Er ist für immer verschlossen. Abgesperrter Schrank. Man kann es ja hier versuchen. Naja. Abgesperrter Schrank. Ah, die Wand ist nicht interessant. Äh, Moments. Duschen. Ähm. Eine Dusche. Leider kein Wasser. Waschmittel. Und ein Korb. Nichts von Interesse. Auch nicht oben her. Ich habe auch noch nichts gefunden, was mich... Eine defekte Dusche. Eine defekte Dusche. Eine defekte Dusche. Okay. Vor allem der Kamerawinkel war jetzt mal sehr interessant. Ein Etagenbett. Floyd, Chandra. Floyd, ein sauberes Bett. Nichts im Bücherregal. Scheint wohl neu hergerichtet worden zu sein. Chandra, ein Hemd und langen Stiefel. Im Bücherregal. Lektüren über Klimaanlagen und Elektronik. Der Besitzer ist wohl Techniker. Okay. Hier findet man nichts Interessantes. Ein Etagenbett. Paul Baumann. Oh. Paul. Das Poster eines bärtigen Mannes. Was haben diese Leute hier für Sitten? Im Bücherregal. Die innere Evolution. Das Buch ist doch... Kalme... Äh... Medea. Ich weiß nicht mehr, wie sein Vorname nochmal heißt. War... Ein Freund aus Japan hat das geschrieben. Er hatte eine neue Theorie über die Mitochondrien. Aber sie wurde weitgehend abgelehnt. Ein Fachbuch für Wissenschaftler. Die übrigen Bücher handeln von Mikroorganismen. Hm. Baumann. Das Bett hier. Oh mein Gott. Ein schwarzer Fleck auf dem Laken. Hautteile und Haare kleben fest. Ah. Eine Verplennung. Sieht nicht so aus. Was ist das für ein stechender Geruch? Frage, wer Baumann ist. Ein Etagenbett. Whitehead. Hunter. Außer einem Familienfoto nichts außerordentliches. Im Regel sind Bücher. Also im Regal sind Bücher. Künstliches Lächeln. Gruppenpsychologie. Gedankenmanipulation durch Furcht. Hm. Was mag das für ein Typ sein? Ein Psychiater? Muss wohl ein kompletter Idiot sein. Hunter. Das Bett ist unbesetzt. Das hier sind wohl nur provisorische Unterkünfte. Obwohl, die Leute haben ihre eigenen Betten. Ein Etagenbett. Kaminski, Yoshida. Kaminski, hm. Ziemlich bunt. Sind das alles Familienfotos? Starpack-Poster, wohin man schaut. Im Regal Bücher über Netzwerk und Starpack. Der Typ ist wohl ein Netzwerk-Administrator. Liebt seine Familie, geht aber auch sein Hobby nach. Yoshida. Ein unordentliches, verschwitztes Bettlaken. Pin-Ups von Bodybuildern an der Wand. Unterm Bett? Also doch, ein Fitnessgerät. Im Regal Computerbücher und Zeitschriften. Der Benutzer ist ein muskelbepackter Programmierer. Ein Bücherregal. Mikrobiologie, Zellbiologie, Molekularchemie. Gut. Lauter, ehrsinge, schwere Fachbücher. Dasselbe Fachgebiet wie das MITF Forschungsinstitut. Uiuiuiuiui. Egal mit Fachbüchern, okay. Ein Netzrechner. Außer Betrieb. Oh, außer Betrieb können wir nicht nutzen. Eine Menge Kabel. Scheint aber nicht zu funktionieren. Die Kommunikationsanlage hier ist tot. Heißt, wir müssen das hier auch anmachen? Oder was? Nutzungsanlage hier ist tot. Naja, ich würde mal sagen, ich heile mich mal. Das ist, und dann sind wir wieder MP. Boah, die Tür hat aber einen Sound, ey. Boah, die Tür hat. ganzen kameras erstmal hier abschalten daran kann ich mich erinnern an diesen gang daran kann ich mich erinnern viele wege und irgendwo ist mädchen das ist übrigens immer noch unsere aufgabe desinfektionskammer dies auf irgendwie gefällt mir dieser raum nicht feuerlöscher baue ich nicht ein großer schrank bio schutzkleidung schutzkleidung ein schrank mit bio kleidung leider verschlossen da werde ich wahrscheinlich bio kleidung brauchen ein kontroll tafel eine kontroll tafel damit werden die drucktüren gesteuert da blinkt etwas desinfektions desinfektions angehalten laborbereich abgesichert bitte eintreten scheint alles okay zu sein warte steht da noch was wie nene alles in butter zum laborsektor zentrale benachrichtigen schutzkleidung tragen ich hoffe die anlage ist außer betrieb sinnlos sich jetzt gedanken darüber zu machen ein telefon und eine box das ist das was ich brauche achtung biologische gefahr zone stufe 3 eine robuste kiste noch mehr granaten sehr schön verschieben erstens firefly verschieben ja shotgun bin ich nicht so der freund von obwohl die 40 schaden 70 schaden ja ich warte auf eine bessere shotgun ich hoffe da kommt noch was verschieben die benutzen wir so gut wie kaum aber die beiden benutzen wir die haben wir nicht mal benutzt die wir noch mal benutzen die werde ich noch mal behalten medizin ja ringerlösung berührungsmittel wasser ringerlösung die airbust wie viel schaden macht die noch mal 220 222 70 verschieben alles klar naja ich weiß wo die box ist benutzen wir mal medigans pistole vorsichtshalber falls weiß es los ist ringerlösung ich hoffe ich glaube zu wissen dass wir hier bleiben sehr lange so use dieses wallwasser macht mich ein bisschen in dem sinne es gefällt mir experience points können ja noch mal gucken was wir hier machen achten die den energy ball freisetzen 1600 ok 80 mp ja ich muss das erhöhen also ein telefon ob es extern verbunden ist das mitf merkt wenn anrufe abgehört werden ich rufe an sie haben den bunker gefunden hinter einigen stollen hinter einen stollen sie haben recht sie verdächtig aus untersuchen sie den ort mit triple magazine also ich hatte mal dreifache munition mit ausbaumöglichkeiten ah ich habe auch die standard schon mal benutzt ah und ich habe ganz viel mit der geschossen weil das ist natürlich die die mit triple feuer und die mit blitzlicht die die kann natürlich war es ne weil blitzlicht da kann man echt gut machen dann abpistole eine schwede ja die die revolver bin ich mal gespannt wenn ich die krieg dann fahren wir ein bisschen benutzt flüchten siegel 100 prozent also von flüchten anzahl gespeichert anzahl gespeichert anzahl siegel 85 bisher haben wir gut geschlagen kann man da weiter gucken wir einfach mal was hier ist eigentlich wollte ich noch da hinten gucken was da so ist ach ich bin ja gedanken verbunden mit ihr sei brav und bach auf denn ist es gefährlich sie ist hier drin sie hat die tür verschließt verschweißt sie hat die tür verschweißt ach ja mit ihrer was das für ein typ geschwurbeln wow vertont sogar der schrei schön schon wieder dieses kind an sich würde ich jetzt am liebsten eher nochmal zurückgehen ich kenne diesen ort aber woher ja weil du verbunden bist Yves ist nämlich ein Klon von dir aber das ist natürlich verschlossen wozu braucht man eine so fette tür verdammt verriegelt ja das ist verriegelt der lift führt nach unten bevor ich dahin gehe gucken wir uns doch tatsächlich nochmal um diese brandspuren genau wie im traum das ist wohl kein Zufall ich hoffe jetzt nicht ich habe einen Bosskampf getriggert oder sowas das nenne ich mal konsequent aber die Anlage ist sowieso außer Betrieb Achtung vor solche Materie in diesem Raum entsorgen da er ja sowieso hier super gut durch kann ist das ja für sie kaum ein Problem ist das ja für sie kaum ein Problem Tiefgarage abgesperrt ah ok da wir ja hier die Kameras erledigt haben Waffenkamera Give me bitte Munition Alter so viel es geht ein Schlank für Schutzwesten er ist abgeschlossen geht nicht auf geht nicht auf so eine Schutzweste mega kein Strom für den Monitor ich habe hier das Gerät sieht aus wie unser MIT MITF Automat bei uns können wir die mit BPs Waffen kaufen Welcome to BP Amory Willkommen im BP Waffenlager Der Monitor hat er auf meine BP Zähler reagiert? wie kann das sein? kann ich hier einkaufen? hm er scheint richtig zu funktionieren ich kann meine BPPs eintauschen Videogames ok die habe ich schon mal mit einer Shotgun mit einer Shotgun nice aber noch immer keine bessere Dingens ne keine bessere Shotgun immer noch die alte da könnten wir uns jetzt nochmal Granatwerfer also ich meine das wäre auch von Vorteil aber das ist mir ein bisschen zu teuer Schutzkleidung Anti Neo Meteor Honden Anzug zeigt den Zustand des Gegners Ziemlich viel MP Anti Gift Anti Starre bietet Schutz vor ABC Waffen sehr leichtgewichtig Sechs Taschen Hochleistungs Radar Anti Stummheit Gepanzerter Nahkampflüstung der Helm beugt Dinge zuvor Sonstiges ja das kann man sich kaum nie kaufen okay das könnte man jetzt erweitern ich habe die beiden schon auf Level 3 das erspart uns eine Menge und das hatte ich auch auf Level 3 erzeugt Blitzschlag mit Max Reichweite wäre nicht schlecht wenn ich das glaube ich auch mal hoch mache weil die habe ich schon alle MP Wasser wäre nicht schlecht aber kaufe uns lieber Munition wie war das? die Riot die macht nur 60 wir machen mehr weil das sind nur ja Dinger damit wir die voll haben da bin ich mir nicht mehr sicher ob ich da wirklich investiere ich weiß nicht ob ein Größe das mag ja ich meine müsste weniger nachladen ja ein Bayonet für Nahkampf für Nahkämpfe Bauteile für die MA4A ich würde schon fast sagen dass ich da gerne Granaten reinbauen würde alles klar ich glaube das ist eine sinnvolle Investition ich weiß wir haben immer noch keine Schutzkleidung eine bessere sie ist verschlossen ok hier ist das BP Dingens Jus ok das heißt ich brauche nicht mehr die Granatenpistole das heißt sie könnte ich weg machen und austauschen gegen tatsächlich Granaten und dann kann ich die Granatenpistole tatsächlich wegballern das ist doch schön ich würde schon echt sagen dass ich den nehme und dann kaufen wir uns tatsächlich Granaten mal dazu ich kann mit meinen PPs Waffen kaufen alles schön und gut ich möchte noch ein paar Granaten noch kaufen ja einmal vier noch ja ok das ist doch cool wird der auch angezeigt ja der wird nicht also er wird nicht angezeigt aber man kann sie es merken das ist doch schön ich sag ja das wird so die ultimative Allzeck Waffe da wollen wir mal gucken was hier drin ist Kontrollraum mhm die geht auf ja ich wollte das noch nicht können wir machen Feuer! Es wäre nicht schlecht, wenn wir echt eine gute Beste bekommen, wo ich sage, ja, weil... Wie viel Platz haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht, tatsächlich. Tatsächlich haben wir hier acht. Ah, ich kann mich nur entscheiden für mehr Munition oder Granate. Ah, ja. Hm. Das war dann doch eine blöde Investition. Okay, Leute. Ich würde sagen, das lade ich doch nochmal neu. Das ist scheiße. Dann kaufe ich mir doch wohl eher mehr... Dingens. Und dann gucken wir mal gleich, was wir sonst... Ach, nee, wir lassen es. Egal. Ich würde da jetzt nicht nochmal... Dingens machen. Ähm... ja ich weiß nicht glaubt die blitze sind sehr aktiv gegen diese kleinen diese gegen diese kleinen scheiße ich habe jetzt nicht auf die karte geguckt ob es da jetzt weitergeht nee das war nur ein gerader gang eine fette tür noch dazu verriegelt verriegelt okay wollen wir doch gleich mal dieses dumme blitz benutzen ja dagegen sind die sehr schwach ja 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 Ja, das ging noch klar. Okay, erstmal gucken. Was gibt's hier? Was ist das für ein Apparat? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Hinter dem Glas hängen große Leichen in Schutzwesten. Sie sind tiefgefroren. Ich spüre die heisige Luft. Sie erinnern den Affen, gegen den ich gekämpft habe. Auf dem Monitor wird eine Art EKG angezeigt. Schilder mit der Aufschrift Golem. Oh, das sind die harten Typen und eine Nummer. Das EKG zeigt Änderung. Tiefgefroren. Tiefgefroren erleichtern. Das sind die harten Gegner. Okay, scheiße. Ein riesiger Schrank. Was mag wohl drin sein? An das Oberregal komme ich nicht ran. Okay, mehr kann ich nicht machen. Okay, dann ist der Weg nach unten tatsächlich der einzig wichtige Weg. Wir können wahrscheinlich uns jetzt noch einen Shortcut machen. Oh, das ist doch gut, dass wir den Blitz hier uns doch gemacht haben. Erstens, wir haben mehr Magic Points. Äh, war da was an der Ecke? Ja, alles klar. Also, das tatsächlich mit mehr Munition kaufen oder Granatwerfer, da muss man sich tatsächlich entscheiden. Und das ist der Exit. Fahrstuhlhalle. Schloss und Riegel. Okay, das ist jetzt nur der Shortcut. Wenn wir mal flüchten wollen. Dann haben wir gut nachgeguckt, wie viele Bounty Points habe ich. Okay, lohnt sich alles nicht. Use. Medizin. Vorsichtshalber. Heilung. Vorsichtshalber. Wohl. Austauschen. Ich würde tatsächlich sagen, äh, das sind die Schwächeren. Das sind die Starken. Äh, nachladen. Ich will, wenn, dann will ich, wenn, wenn ich muss, dann will ich schon gerne das haben. Dann kann ich ja die Granatpistole tatsächlich weglegen und dann habe ich mehr Platz. Habe ich aber weniger Munition für die Hauptwaffe. Sei es rum. Ah, ja, du musst tatsächlich einmal rum für die Bounty. Okay, dann legen wir einige Sachen mal weg. Die Monster kommen nicht an das Schloss. Ich lege meine Sachen auf. Ich lege meine Sachen auf. Ähm... Und das Magazin. Vorsichtshalber, wenn die Waffe mal leer geht. Wenn überhaupt. Obwohl... Äh, ich nehm die Vorsichtshalber mit. Aber die kann weg. Die kann tatsächlich weg. Das Wallwasser... Das Wallwasser... Weiß nicht, wann es hilft. Ob es hilft. Ist jetzt so eine Sache. Aber vorsichtshalber auch eine Waffe dabei zu haben. Ja, Batterie. Ich weiß auch nicht, wie ich die Batterien hier, äh... Ballern kann. Aber ich werde jetzt erstmal nicht meine, ähm... MG benutzen. Obwohl das mehr Schaden macht. Spiel mir ein bisschen damit. Verstärkung? Das geht nicht. Gerade sind NMC's in einem Hotel aufgetaucht. Ich kann niemanden schicken. Mann, haben wir Personalmangel. Leute. Ich weiß, der Job ist hart und so. Aber... Das wäre echt nicht schlecht für Unterstützung hier. Okay, dann gehen wir weiter runter. Denn wir haben ja jetzt alles nachgeguckt. Gut, dass wir das auch gemacht haben. Alter, die Wumme, ey. Die Wumme. Ein Lift. Wollen wir mal nach unten. Okay. Ein ziemlich robuste Tür. Okay, erstmal Karte. Natürlich erwartet auf mich ein Erkounter. Die Super. Aber das ist auch die Munition, ne? Also die Munition ist super. 20. 20. 20 Schaden. Okay, Encounter fertig. Klären. Das kann gut sein. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass hier Gegner aus dem Wasser springen. Alter. Ich kann's versuchen. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Diese Scheißdinge. los. Ich bin Mist. Katisch. Nein, 0 Hahaha. Tschüss. Schöp... polymer. DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DID-DI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-DDI-nung. Wir sind ja gar nicht so schlimm. Ach, entsorgen. Ich benutze die kaum. Dass man keine Batterien kaufen kann, das ist auch so eine Sache. Aber bisher finde ich Madigans Waffe ziemlich gut. Ja, kein Wunder, warum ich die auch benutzt habe. Und... Ja, gut gemanaged. Noch mehr Räume. Hier geht's hier ab. Okay, erst mal so. Irgendwo muss doch Maddie mal langsam sein hier. Bauschungsverbot abgesperrt. Okay, 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 Bauschungsverbot abgesperrt. Ich weiß, dass ich noch eher irgendwo, also Eve meine ich finde. Tierzüge. Naaaaaah. Ja, es könnte schon ziemlich... Futterlisten mit Notizen liegen verstreut. 16. Januar. Als ich heute früh kam, kamen die Schimpansen getobt. Die zweijährige Schießblute aus den Augen und war tot. Sie war ein kluges Kind. Ich mochte sie sehr. Als ich ihr Leiche sah, war ich entsetzt. Der Kopf war angeschwollen und die Augäpfel hingen heraus. Ich bereue, dass ich ihr kein Wasser gab. Ich hoffe, dass sie in den Himmel kommt. 17. Januar. Dr. Bowman von anderen Institut ist heute angekommen. Er war schon öfters hier. Ich mag ihn nicht. Weil er mit seinem gläsenden Blick überall herumschnüffelt. Aber heute war er ganz anders drauf. Nachdem er mich gegrüßt hat, lief er zum Käfig von Schieß. Er murmelte etwas vor sich hin und starrte Versuche. Ich bat ihn, damit aufzuhören. Jedoch vergeblich. Dann fing er an, wie verdrückt zu lachen und hielt meine Hand. War das Experiment erfolgreich? Ich rieß mich von ihm los. Entgegen meinem Wunsch, Schieß zu bestatten, wurde sie entsorgt. 24. Februar. Bowman übernachtet jetzt hier, um Experimente zu machen. Sein Spezialgebiet sollen die Mitte Honden sein. Seine Aufgabe, die Erschaffung einer künstlichen Menschheit. Ich sollte das Projekt für den militärischen Bereich umsetzen. Diese Golems sind Leichen von Soldaten. Ich verdanke der Organisation viel, aber das geht so weit. Die Vorstellung, dass über Mensch, auch wenn er zugrunde geht, ein Mensch sollte Mensch bleiben. 8. März. Ein großer Container traf ein. Dünn tobt etwas. Ich sah hinein und entdeckte Dr. Bowman. Der Golem Number Nine, der ihn herbrachte, erzählte freudig. Dr. Bowman hätte sich mit der Honden gespitzt. Um Experimente mit alle MCs selbst durchzuführen. Er hatte Ausschläge am ganzen Körper. Ekelhaft. 14. März. Ich sorge mich um Bowman oder was davon noch üppig ist. Ihm würde künstliche Organe und Knochen implementiert. Er blöde herum scheint aber keine Schmerzen zu haben. Dann fängt er plötzlich an zu heulen. Außerdem frisst er jeden Tag stinkenden Fleisch. Ich mache für heute Schluss, weil mir schlecht wird. Bowman scheint sich heute nicht wohl zu fühlen. Er erfriert und will in die Nägel der Heizung. Wenn er herumschreit, werden die Schipansen ängstlich. Deswegen lasse ich den 3 Meter großen Riesen aus seinem Käfig. Jetzt hockt er an der... Ab hier ändert sich die Schrift. Die NMC, die meine Vorgängerin getötet hat, ist noch flüchtig. Sie war eine tolle Frau. Wirklich schade um sie. Nummer 9 sucht dieses Monster, aber ich glaube, es ist tot. Die neuen NMC werden im Westflügel untergebracht. Deswegen brauche ich nur zuzusehen, wie sie krepieren. Ab hier folgt nur eine Futterliste. Dieser Bowman. Was für ein Gestank! Was ist hier drin? Oh Gott! Ein toter Schimpanse! Der Hirn scheint geplatzt zu sein. Was ist in diesem Käfig? Ein Giovanna-Affe. Was macht er? Er frisst. Oh mein Gott! Er frisst seinen Finger. Er hat ja fast keine Finger mehr. Was ist hier drin? Hier kriechen unzählige rosa-rote Viecher. Das sind Nacktmäuse für Versuchszwecke. Komisch. Sie zucken alle wie verrückt. Eine Munitionskiste. Jede Menge 9mm pro Turm. Wie kommen sie hierher? Hackfleisch und Fleisch. Und Fisch. Achso. Säcke mit Mäusen und Hundefutter. Pulver, Milch, Käse, jede Menge Konserven. Wohl das Futter für die Tiere. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Die Kehle befreucht ein bisschen. Das Essen liegt versteuert. Das waren bestimmt NMC's. Das liegt ja so. Ich nehme mal kurz. Wö? Das war's für heute. Ach, ich muss auf meine Waffe wechseln. Alles. Äh, ja. Jetzt geht es wieder darum, verschieben. Äh, Medizin Level 3. Wo ist die Medizin Level 3? Austauschen gegen MP Wasser Level 2. Das ist schon viel wichtiger. Ach so, und Waffe wechseln? Warte, wie viel? Wir können doch ruhig sammeln. Heilung brauche ich noch nicht. So, erstmal. Ein beißender Gestank, was wohl in diesem riesigen Käfig war. Mensch, natürlich nicht. Entschuldigung, Leute. Sieht aus wie Pizza. Sie ist noch unberührt. Und eine Pizzakarton. Und was steht hier? Okay, sind das geschlossene Räume? Ja. Was ist das für ein bestialischer Gestank? Wow, oder was hat diesen Laken? Ich führe nichts an. Ich führe nichts an. Okay. Weil, ich gucke nochmal. Aha. Sie fassen alle gegenseitig. Oh, Alter. Hier geht ganz schön ein krasser Scheiß ab. Vor allem, ich kann mich hier einfach so frei bewegen, ne? Das ist natürlich auch... Oh, Mann. Wie weitläufig ist dieses Gebiet hier? Was zur Hölle ist das? Du. Du, bald sterben. Er kann sprechen. Vielleicht weiß er was. Das ist dieser Gorilla wahrscheinlich. OP-Raum. Versperrt. Hier ist ein ID-Schloss. Eine Tür mit ID-Schloss. Die ist verriegelt. Okay, ich kann nichts machen wahrscheinlich. Und wenn ich zurückgehe, eine Menge kämpfe. Was sagt er? Er ist nach oben. Er scheint etwas zu wissen. Ja, wir gucken mal. Wir werden jetzt nochmal ein paar Kämpfe machen. Okay. Hier ist nichts. Was sagt er, ich kann es nicht verriegelt. Das kann es nicht verriegelt. Was ist das? Was ist das? Oh, das war mega unschlau. Oh, das war mega unschlau. Okay, dieses scheiß Sturm ist vorbei. Oh Mann, das war aber... Das war aber alles... Wählen... Findest du ne starre Gift? Kann man nimm, muss man aber nicht. Okay, ich merke schon, dass die Handfeuerwaffe nicht so doll ist. Das ist wirklich allerhöchster Notfall, tatsächlich, die Waffe. Weil der Schaden ist einfach... Bananen. Okay. 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 das ist echt der schaden der das hier machen ja alles ich krieg auch munition dafür wieder also das ist schon berechtigt wo waren wir noch nicht das aug das ist ein lift da will ich noch nicht hin ich glaube der lift der war das war schon der richtige weg noch ein lift das ist zum ark ein aufzug nach unten bleiben das ist zum ark dafür die arche artikel area bleiben Okay, zwei Fahrstühle. Gucken wir mal, was hier ist. Fahrstuhlhalle. Verriegelt. Okay, gucken wir uns in der Partikel-Area an. Na, weil die ist verschlossen. Okay, gut. Weil zum Arc will ich noch nicht. Oh. Ah, das hat so lange geladen jetzt. Ich dachte, hä, so waren wir schon unten. Das ist aber eine Ladezeit. Ja, man ist paralysiert. Das ist dumm. Ja, ja, ja. Ja. Wenn du jetzt ein Michael vorst mean. Wie geht's der pit? Er ist es so lange gesucht. Ja,â es liegt. ich kriege ja gar nichts wieder das ist ja absolut scheiße boxen hat sich auch so an warte neo-arc leute ist es moment leute ok leute weiter geht's ja wir haben gerade diese karte geguckt ist er nach oben scheint etwas zu wissen ich sollte eigentlich nach oben aber ich gucke erst mal hier unten sind einfach nur zwei boxen spür eine immense kraft unterhalb des aufzugs meine meteorondin resonieren verbrennen normaler mensch würde das keine sekunde aushalten ich einmal ich könnte darunter muss es anders angehen ok wir können da nicht runter ok hier unten haben wir da nichts mehr zu tun erstmal keine reaktion ich soll da noch nicht runter ja ich muss zurück ich muss dazu gut guck 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 Das war's. wasser ok das war das war das hat gereicht wählen benutzen zumindest dingens könnte ich machen aber das gibt mir mehr machen wir das mal weil die energy alter einfach mal bonus mp4 hammerhart das gibt mir nur ein und das gibt mir zwei das plasma ja so können wir doch gemütlich zurück eigentlich ja ich merke schon die handwerber für die können wir eigentlich vergessen das ist einfach nur dringender notfall nach oben ok wir sind jetzt hier ähm was habe ich hier überhaupt mit äh beide granattypen mit feuerwaffe das ist einfach weg mit dem shit wenn wird das das heilung 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 meine damen heilung 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 mp wasser verstanden ich werde auf ihren bericht es war ein kurzer feiner trip mit der handfeuerwaffe aber wenn ich ja diese 22 bullets nicht habe dieses bartens dann macht das kann gucken was wir hier noch in die paar minütchen hier machen was zum hänkern verdammt scheiße eingesperrt genau die spechernlage hallo ich bin eingesperrt kann mir jemand helfen ich will deine kräfte sehen wer ist da was soll das aufgelegt das sind nur so zu rufen Untertitelung des ZDF, 2020 Abfallschacht, Kleidung hier entsorgen. Da scheint es nämlich tief zu sein. Keine andere Wahl. Ab in den Müllschacht! War mir schon fast klar. Boah, wo landen wir da jetzt? Oh. Direkt in den Bosskampf oder was? Wuhu! Autsch! Ja? Das sah schmerzvoll aus. Boah, große Müll. Ja! Endlich mal Hydra Munition! Liegt hier überall Munition. Also Hydra Munition habe ich nichts gegen. Jetzt kommt er. Scheiße! Ja, leck mich doch! Ja, ich hab' khäumpet. Das ist so ein bisschen. Ich hab' echtes mal. Das war's für heute. 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 Das ist ja... Das war's für heute. 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 Ja... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ähm... Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, 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 let's come. Hmm. Ich glaube, ich mache aber hier komplett was Falsches. Oh, ich habe hier und ich habe hier ein Problem. Ah. Äh, wartet mal kurz, Leute. Ich muss mal sehen, was hier los ist bei mir hier. Okay, da sind wir wieder. Okay, ich muss den Tanner tatsächlich... Geh. Okay, ich muss den Tanner. Jetzt habe ich es. Okay. Fatality, du bitch. Alles. Müllverbindung in 5 Minuten. Ach du Scheiße. Ist da jemand? Aufmachen, bitte. Jemand. Ist da wer. Aufmachen. Madigan. Kyle. Du lebst. Endlich duzen wir uns. Zum Henker. Ich meine. Danke. Das war knapp. Tja. Fleisch mag ich halt lieber roh als gar. Was hast du getrieben? Diese Pferdemonster haben mich in Stollen überfallen. Das war doch ein Abgrund. Ich bin zusammen mit ihnen abgestürzt. Ah. Er ist durch die Brücke geballert. Bist du verletzt? Ich hatte Glück. Die Pferde haben den Sturz abgefedert. Als ich zu mir kam, lagen diese Monster. Ich wäre fast wieder ohnmächtig geworden. Ich mag dein Lächeln. Jetzt geht das los. Was? Idiot. Wir sollen hier raus. Also wir sollten hier raus. Kleiner Schmutzfink. Du stinkst ja auch nach Müll. Der Guder hat einen Flammenwerfer. Dieser Typ. Den Energy Ball. Es wargt zwei Energiebälle und wert Gegner ab. So. Äh. Nee. Nicht das. Use. Medicine. Verschieben. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Ey, das ist doch perfektes Timing. Ein Telefon. Ob es funktioniert? Hm. Freut mich zu hören. Ich werde diesem Mann eine Auszeichnung schicken. Seien Sie weiterhin auf der Hut. Okay, meine Damen und Herren. Das wär's mit Part 4 unserer Playstation-Reihe zu Parasite Eve 2. Ich hoffe, das hat euch genauso gefallen wie mir. Und wir haben endlich Medigan gefunden. Wir haben, äh, ein Boss-Encounter gehabt. Bei dem ich mich blöd ein bisschen angestellt hab. Ich hab auch ein bisschen vergessen, dass ich ihn da reinpressen muss. Ähm. Alles klar. Wir haben's bisher gut überstanden. Meine Bounty Points sind ziemlich gut. Ich denke mal, wir kommen wieder zurück in diese Area. Also, Arena. Wollen wir mal schauen, äh, ob wir überhaupt tatsächlich wieder nach Dryfield zurückfahren. Ich weiß es nicht. Äh, aber auf jeden Fall, äh, ich würd sagen, ja. Wenn euch diese Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur meine Playstation 3 oder Parasite Eve 2 Zeug gefällt, hinterlasst noch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und ich würd sagen, ich bin die Kay, das ist Game Stage 5 und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, ja, mit Medigan schauen wir hier mit Aya Brea, was zum Teufel hier noch passiert. Alles klar. Reingehauen und hoch den Daumen.